Moin und herzlich Willkommen zu Jörn Schaas für einen Podcast Episode 186. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wo fange ich denn diesmal an? Es sind so viele aufregende Sachen passiert, die die relativ kleinteilig sind. Das Wichtigste ist, glaube ich, das Thema Autokauf. Da habe ich jetzt schon mehrfach drüber gesprochen und ja, wir haben ein neues Auto gefunden. In der vergangenen Woche, ich meine am Montag, haben wir den Kaufvertrag unterschrieben und haben dann noch ein bisschen verhandelt. Es ist ein Passat, den wir uns ausgesucht haben, der im Dezember sechs Jahre alt geworden ist. Taro stand 108.000 in etwa, macht eine jährliche Fahrleistung von etwa 18.000, die das Ding geschafft hat. Das finde ich völlig in Ordnung und auch nicht zu viel. Der Wagen hat 140 PS, der hat eine 2 Liter Maschine, also etwas über 300 Newtonmeter Drehmoment. Und damit sollte der eigentlich kräftig genug sein, den Anhänger zu ziehen, den Wohnwagen. Allerdings hatte er zum Zeitpunkt des Verkaufs noch keine Anhängerkupplung und da haben wir also ja dann mit den alten Wagen da lassen und noch ein bisschen hin und her schinschen, haben wir es also hinbekommen oder sind wir uns einig geworden, bei gut 11.500 Euro. Das heißt, wir haben jetzt das Auto, das hat einen neuen TÜV bekommen, den hat es auch schon, das weiß ich. Die Anhängerkupplung ist jetzt auch dann bis Montag oder so dran. Und dann müssen wir nur noch unser Auto jetzt mal ausräumen und mal für einen Tag da stehen lassen, damit die dann die Ummeldung übernehmen können. Das ist also auch schon alles klar. Da kommt dann noch mal irgendwie ein bisschen extra Gebühr drauf, weil das ja, weil das halt einfach Gebühren kostet, so ein Auto anzumelden und auch die Tatsache, also auch die Stunden für das Anmelden müssen wir bezahlen. Und dann werden wir wohl schätzungsweise Mittwoch oder Donnerstag unser neues Auto abholen können, was wirklich super ist. Sehr super war auch, dass ich jetzt voll Fame bin in Schleswig-Holstein podcastmäßig, denn der SHZ-Verlag hat mich interviewt. Per E-Mail haben sie mir ein paar Fragen geschickt, die ich beantworten sollte. Und dann kam auch relativ kurzfristig am Donnerstag noch die Anfrage, ob ich nicht auch Zeit hätte, bei denen im Podcast aufzutreten. Der Podcast heißt Schnack und Tumbi, wo sie also über Nachrichtenthemen der Woche nochmal sprechen und eben auch mit den Korrespondenten aus den Regionalzeitungen nochmal Kontakt aufnehmen. In der Regel machen sie das mit dem Telefon. Das klingt immer alles ein bisschen, ja so ein bisschen altbacksch, ehrlich gesagt, habe ich denen auch erzählt. Also es läuft halt echt so, die stellen ein Mikrofon auf, dass sie auf ein Telefon richten, machen da die Lautsprecher-Funktion an und telefonieren dann wirklich mit den Leuten in der Lokalredaktion, nehmen das auf und bauen das in den Podcast ein. Und das ist natürlich suboptimal. Also konnte ich ihnen schon mal den Tipp geben, dass sie einfach die Kollegen in der Redaktion vor Ort dann mit dem eigenen Smartphone sich selber aufnehmen sollen, lassen sollen und dann die HiFi-Qualität einbinden sollen in den eigenen Podcast. Das haben wir jetzt also mit mir schon auch gemacht. Ich habe bei mir also einfach ein Smartphone mitlaufen lassen. Quatsch, hier mein Aufnahmegerät, was ich sowieso rumliegen hatte im Büro und habe denen das zur Verfügung gestellt. Insofern klang das ein bisschen besser, was ein bisschen schade war. In der Audio-Version, in der fertigen sprechen wir jetzt so gar nicht über das Nord-Süd-Gefälle. Das ist offenbar aus Zeitgründen rausgeflogen, was ein bisschen, ja finde ich ein bisschen schwierig, wenn es also darum geht, über meine Podcasts zu sprechen und dann einen wegzulassen. Das ist irgendwie doof. Da hätten wir dann irgendwie den Schwerpunkt anders legen müssen oder keine Ahnung, vielleicht habe ich auch zu ausführlich geantwortet. Ich weiß es nicht. Naja, das Ergebnis, das E-Mail-Interviews ist online. Da werde ich einfach mal in die Shownotes das reinschreiben, was ich denen geschickt habe, denn sie haben es so ein bisschen umformuliert, wie man das halt so macht. Ich werde also an vielen Stellen zitiert aus dem Interview und das ist dann alles so ein bisschen, ja, Fefe macht das glaube ich auch aus Transparenzgründen, die Rohfassung zu veröffentlichen. Da habe ich eigentlich auch überhaupt kein Problem mit. Das waren die tollen Sachen, die passieren. Obwohl, nee, auch eine andere Sache, die auch schön war. Ich habe ein wunderbares Einzelhandelserlebnis gehabt. Und zwar war ich in einer örtlichen Buchhandlung hier in Husum bei Liesegang, weil ich noch ein Geschenk brauchte für meine beiden Nichten. Und für die eine hatte ich schon was, ein Puzzle und die andere sollte ein Wimmelbuch bekommen. Und mein Bruder hatte mir da dankenswerterweise die ISBN-Nummer eines Buches gegeben, die auf gar keinen Fall dabei sein sollte. Ich sagte, aber so in der Art darf es gerne sein. Und dann sagt die Verkäuferin an der Theke, ja, kommen Sie einfach mal schnell mit, ich suche Ihnen das mal schnell zusammen. Und dann stand ich da und hatte auf einmal zehn Wimmelbücher in der Hand. Sagt sie, hier drüben ist ja ein Tisch, da können Sie sich dann hinsetzen und können sich dann in Ruhe entscheiden. Wahnsinn. Also kannte ich schon gar nicht mehr. Ist natürlich super, dass der große Vorteil am stationären Einzelhandel, dass sowas eben geht. Und so habe ich dann ein schönes Einkaufserlebnis einfach gehabt. Das fand ich richtig gut. Das mochte ich gerne. So und dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die mäßig gelaufen sind. Nämlich oder überhaupt, was heißt mäßig? Also ich ärgere mich so ein bisschen über mein Telefon. Das habe ich ja jetzt seit ein paar, seit einigen Wochen jetzt und habe es ausführlich getestet. Ich habe ab und zu das Problem, dass die Smartphone-Kamera sich nicht scharf stellt. Da könnte ich wahnsinnig werden. Also sprich, ich mache die Kamera auf und das Bild bleibt super unscharf. Beziehungsweise ich habe dann mal versucht, irgendwie rauszufinden, worauf das Ding fokussiert. Es ist halt aus irgendeinem Grund auf super duper Makro eingestellt. Also alles im Bereich bis drei Zentimeter ist dann ist dann total gut und total scharf. Der ganze Rest halt nicht. Und es gibt auch keine Möglichkeit, da irgendwas einzustellen, dass sich das verändert. Also ich habe dann mal, ich habe das immer wieder versucht, mal wieder die Kamera zuzumachen, wieder auf und sogar das Handy neu gestartet. Das hat dann funktioniert, aber die Zeit hast du normalerweise nicht. Und jetzt habe ich irgendwo in der Kamera App einen Knopf gefunden, Einstellungen zurücksetzen, auch wenn ich nichts daran verändert habe. Dieses Zurücksetzen, das hilft halt einfach ganz enorm. Und das Gute ist, dass es nicht nur mich betrifft. Ich habe da kürzlich so, ich habe das gehabt, als wir mit der Familie zusammengesessen haben und sagte mein Bruder auch, ja, das kennt er, das ist bei ihm auch regelmäßig. Und das scheint irgendwie ein, nicht unbedingt nur an diesem einen Telefon zu liegen. Mein Bruder hat ein ganz anderes. Und mein der dieses Phänomen ab und zu hat und dass es eben auch nicht reproduzierbar ist. Ab und zu ist das einfach so. Aber es ärgert mich einfach, denn das ist, das hatte ich noch nie. Das ist super duper ärgerlich, gerade wenn man, wie ich, das Telefon eben auch dienstlich benutzt und dann ab und zu halt auch einfach mal schnell einen Schnappschuss machen muss. Das ist einfach, na ja, mäßig, mäßig schön. Aber wie gesagt, ich habe jetzt eine Lösung, die zumindest einigermaßen schnell funktioniert. Dann war das andere, was blöd gelaufen ist. Ach so, ja, richtig. Ich habe, ich bin jetzt mit meinen ganzen Podcast Produktionen, also mit diesem Podcast hier, mit Jörn Schaas, freienem Podcast, mit dem Nord-Süd-Gefälle, mit dem High Alarm und auch mit What's in Your Pants bei Podseed. Das ist ein Content Delivery Network, also eine mehrere Server, die nahezu identischen Inhalt bieten. Und die können dann eben, wenn viele Anfragen kommen, diese Anfragen auf ihre ganzen Schultern verteilen. Und so ist das ein bisschen ausfallsicherer. Das liegt jetzt. Es ist jetzt nicht so, dass die Produktionen so viele Hörer hätten, dass das notwendig wäre. Aber ich habe halt einfach gemerkt mit den letzten Geschichten, die ich mit meinem Blog hatte, dass da irgendwie von meinem Bekannten der Server neu aufgesetzt werden musste. Und dann dauert es halt einfach mal ewig, bis die ganzen Audiodaten wieder hochgeladen sind. Und darüber hatte er sich so ein bisschen auch beklagt beim letzten Mal. Klar, allein für Jörn Schaas feinen Podcast sind wir inzwischen bei knapp 14 Gigabyte an Audiodaten. Also ich rate jedem dringend, der einen neuen Podcast anfängt, beschränkt euch auf ein Format und nehmt MP3. Ja, ich weiß, Ock ist da ein bisschen, ist noch ein bisschen datensparsamer, aber das hat ja keiner. Opus, ich glaube, ich habe jetzt durch Zufall irgendwie gesehen, dass irgendein Player Opus unterstützt, das noch mehr Datensparsamkeit ermöglicht. Aber es ist halt einfach so ein Nischenformat, das keiner nutzen. Das ist dann so Quatsch. Und das ist tatsächlich so ein bisschen Semi gelaufen, weil ich bei einem Podcast, ich glaube, es war Jörn Schaas feiner Podcast, da hatte ich also zwei Probleme. Zum einen sind Dateien mit 0 Byte übertragen worden beim FTP Upload. Das habe ich erst, habe ich nur durch Zufall gesehen. Und das konnte ich relativ schnell, konnte ich das reparieren. Das war kein Problem. Aber das ist halt irgendwie, also keine Ahnung, woran das lag. Wahrscheinlich, also wenn du halt irgendwie zig Gigabyte bewegst, dann kommt da ein bisschen was an Fehlern auch einfach zusammen. Und das Schöne ist, es gab aber nur bei dem einen Feed dieses Problem, dass also Dateien als übertragen gekennzeichnet wurden und es aber keinen Datentransfer gegeben hat. Also sprich, die Lagen auf dem Server waren da, aber mit 0 Byte. Und das musste ich dann nochmal korrigieren. Und was auch passiert ist, dass ich von heute auf morgen dann einen Fehler bekam, dass mein Podcast-Feed nicht mehr lesbar sei. Und ich habe dann den Feed selber im Browser aufgerufen. Tatsächlich, der war leer. Und auch der Feed-Validator sagte, Freundchen, hier hast du irgendwo ganz schön Mist gebaut. Gab mir da auch so eine ganz rätselhafte Stelle, wo ich das, wo da angeblich der Fehler läge. Keine Ahnung. Hat sich rausgestellt, dass also offenbar es ein Problem gibt, wenn man das, wenn die Logo-Datei auf einmal eine andere Adresse hat. Also sprich, ich habe die wieder von, also die Adresse der Logo-Datei von Podseed weggeholt und habe es auf das eigene Blog gelegt und dann ging es. Bei allen anderen Podcasts habe ich das nicht, weil da das Podcast-Cover sowieso schon immer in der WordPress-Bilder-Bibliothek lag. Und da habe ich diese Schwierigkeit einfach nicht, weil sich da aber auch die Adresse nicht geändert hat. Naja. Und das hat also eine Weile gedauert. Ich habe dann, das habe ich gemacht, ich habe zusätzlich einen anderen Player eingestellt, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, könnte vielleicht daran liegen. Und Podlove hat so eine Repair-Funktion, die ich mehrfach benutzt habe. Und auf einmal lief es wieder. Ich nehme an, also ich habe eine Fehlerbeschreibung gefunden, die zu meinem Phänomen passt. Und keine Ahnung, irgendeiner dieser Schritte wird möglicherweise der Ausschlag gebende gewesen sein. Tja, naja, das ist es im Wesentlichen schon. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen mit der Nachbearbeitung, denn wir sind nämlich gleich zum Tanzkurs. Hatte ich erwähnt, dass wir zum Tanzkurs gehen, meine Frau und ich? Ich glaube ja. Und ach ja, genau. Und letzte Woche, letzte Woche sollte ja die erste Stunde sein, kamen wir da an und es war so ein bisschen lange Gesichter in der Tanzschule. So ein bisschen betreten, das Schweigen in Anführungszeichen. Also sie sagten ja so, ja, sie haben sich ja online angemeldet, jetzt konnten wir sie nicht erreichen, weil wir keine Nummer von ihnen hatten. Der Trainer ist krank. Also er ist offenbar von seinem eigenen Hund gebissen worden, hatte eine Blutvergiftung und hat entsprechendes Arbeitsverbot. Und dann hatten sie alle anderen in der Gruppe, in der Anfängergruppe schon erreicht und haben gesagt, ja, fällt aus, verschieben wir. Und uns kriegten sie halt nicht, weil die aber auch irgendwie, also die hatten noch keine E-Mail-Adresse von uns, komischerweise ist alles sehr merkwürdig. Jedenfalls haben sie uns dann erst auf ein Getränk eingeladen und dann haben wir da so gesessen, haben noch so vor uns hingestarrt und haben gesagt, das ist ja doof, jetzt hat man uns schon gefreut. Und dann sprach die eine Tanzlehrerin mit irgendwelchen anderen Menschen, die da ankamen und dann gab es da noch irgendwelche Verschiebungen, Verrenkungen und kurzerhand hat sie dann gesagt, ja, wir können ja einfach so, also es ging halt um einen fortgeschrittenen Kurs, der jetzt stattfinden sollte. Und da haben sie halt gesagt, ja, machen wir jetzt so zum einen tanzen eine Stunde Disco Fox für Fortgeschrittener. Können ja dann alle mitmachen. Und wir wurden dann auch eingeladen und gut, jetzt hatten wir ja schon zusammen getanzt und hatten auch schon Kurserfahrungen und waren also nicht so ganz unbeleckt. Wir haben halt gesagt, wir fangen mal vorne wieder an, weil es halt so lange her ist, dass wir das letzte Mal im Tanzkurs waren und haben uns auch nicht so blöd angestellt, aber es war halt auch definitiv kein Anfängerkurs. Das war also eine Stunde, wo sie dann mit, ja, dann tanzen wir hier, Schiebetür, Brezel und zack zur Seite wegpeitschen und hat uns dann halt irgendwelche Geschichten beigebracht, aber halt nicht so Schritt für Schritt, sondern sie hat es halt einmal vorgemacht oder zweimal, haben wir es alle zusammen langsam gemacht, hat gesagt, alles klar, prima, dann können wir es ja jetzt alle, ich mache mal Musik an. Und entsprechend standen wir dann also relativ ratlos voreinander, sind auch irgendwie zweimal gegeneinander gelaufen und haben uns, also es ging halt um so eine Geschichte, wie man erst die Dame dreht und dann dreht sich der Herr noch mit und dann steht man so halt nebeneinander und dann, wie man da wieder rauskommt, gibt es halt irgendwie drei verschiedene Varianten, die man, die man tanzen kann und das war, das war ganz witzig, aber wie gesagt, Anfänger war es halt nicht und jetzt um 17.30 Uhr ist dann hoffentlich der richtige Kursauftakt. Inzwischen haben sie auch unsere Telefonnummer und sie haben sich aber bisher nicht gemeldet, dass irgendwas wäre, also bin ich guter Dinge. Ja, diese Verschiebung kommt mir auch ganz, ganz gut zu Pass, weil ich ja montags immer Frühdienst habe im Büro und die ursprüngliche Uhrzeit wäre 20.30 Uhr gewesen und das haben sie jetzt also halt irgendwie so ein bisschen zusammengefasst, dass es jetzt immer um 17.30 Uhr losgeht und das ist dann auch ganz gut. Ja, das war es von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören, ich werde mich einfach nächste Woche wieder melden und dann gibt es ja schon die ersten Berichte, wie sieht es mit dem neuen Auto aus, was, wie hat sich das mit dem Tanzkurs entwickelt und so weiter und so fort und dann wünsche ich euch an dieser Stelle eine fantastische Woche. Bis bald!